Sie haben es also eigentlich geschafft, Alex, innerhalb eines etwa 30-jährigen Zeitraums uns wieder an den Rand eines ganz großen Krieges zu bringen. Und der Kalte Krieg 2.0, der läuft ja schon lange. Also die müssen richtig Gas geben, wenn sie ihren Hegemonialanspruch weiter fortsetzen wollen. Und deshalb ist die Sachlage im Augenblick unter geopolitischen Gesichtspunkten besonders gefährlich. Und ich behaupte, dass diese ganze Corona-Nummer das Vorspiel war zum geopolitischen und geostrategischen Endspiel, was jetzt läuft. Und da kann man eigentlich sagen, wenn du in den politischen Schaltfunktionen, also solche Figuren sitzen hast, dann ist das ein Spiegelbild des Verfalls des Landes. Und daran sieht man, dass die Verblödung weiterer Teile der Bevölkerung, maßgeblich der jungen Generation, dass dahinter ein Konzept steht. Verkohlt, ausgemerkelt und jetzt? Und jetzt entgescholzt. Liebe Zuschauer von Angeschenkt TV, ich freue mich auf dieses Gespräch mit unserem heutigen Gast, dem Ulrich Mies. Er artikuliert klar, deutlich, stark. Ihr müsst also ein bisschen mitdenken und sperrt meine Kinder unter zwölf weg. In diesem Sinne, Ulrich, vielen Dank, dass du den Weg zu uns ins Studio gefunden hast. Ich bedanke mich für die Einladung. Du hast dieses Buch geschrieben, über das wir heute unter anderem sprechen werden. Herausgegeben. Herausgegeben. Ich habe es nicht ganz geschrieben. Ah ja, stimmt. Das heißt, du hast ein Vorwort geschrieben und im Prinzip 18... Autorinnen und Autoren gewonnen, die da mitgeschrieben haben, genau. Genau, die zum Teil ausgewandert sind, zum Teil standgehalten haben, zum größeren Teil allerdings ausgewandert. Zum überwiegenden Teil ausgewandert, ja. Okay. Und das ist ja eine Frage, die stellen sich ganz viele auch meiner Gesprächspartner. Also wenn man kritische Gesprächspartner hat, dann kommt man irgendwann auch eben an diese Überlegung. Das ist eigentlich vollkommen automatisch. Und vielleicht findet ihr euch da auch in der einen oder anderen Überlegung wieder. Genau. Gut, lange Rede, kurzes Sinn. Auswandern oder standhalten. Du selber hast es ja schon vor einigen Jahren gemacht. Ja, das war aber jetzt nicht in dem Sinne ein klassisches Auswandern, sondern das liegt ja jetzt schon 38 Jahre zurück, dass wir von Deutschland in die Niederlande gezogen sind. Hatte damals zum großen Teil praktische Gründe. Nach der Erfahrung dieser sogenannten Corona-Krise wären wir mit Sicherheit aus Deutschland rausgegangen, bereits zur Mitte des Jahres 2020. Ich wäre nicht in Deutschland geblieben. Umso mehr bewundere ich diejenigen, die standgehalten haben oder die im Widerstand sind. Wir sehen uns da auch. Aber diese Zustände, insbesondere in Deutschland, fanden wir und finden auch diese Zustände immer noch so unerträglich. Da werden wir sicherlich gleich darüber reden, dass wir das Land verlassen hätten. Das ist aber auch eine Geschichte, die in deiner Sammlung von Berichten, die Bestandteil dieses Buches ist, immer wieder auch zu lesen ist. Manche sind schon früher gegangen, manche haben schon früher sich mit den Gedanken getragen zu gehen und hatten jetzt quasi sozusagen einen Schubs bekommen, weil durch diesen Maskenwahnsinn hat dieses System ja seine Maske runtergezogen. Und das war dann der Ultima. Ja, das stimmt. Also es hat ja immer große Bewegungen gegeben, auch aus Deutschland heraus, der Auswanderung. Aber ich bin davon überzeugt, dass die Motive des Auswanderns sich nach dem Februar, März 2020 schon sehr stark verändert haben. Also die Menschen, die bewusst politisch aktiv waren oder sensibel waren, die haben gemerkt, hier läuft eigentlich alles aus dem Ruder. Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass ein großer Teil der Auswanderer dann aus politischen Gründen, aus politischen Motiven das Land verlassen haben. Nach oder während dieser sogenannten Corona-Krise. Und es ist ja nicht nur die Masken-Nummer, es ist der gesamte Staatsterror, der damit im Zusammenhang stand. Staatsterrorismus. Steht auch hinten auf dem Klappentext drauf. Und das im besten Deutschland aller Zeiten? Ja, sicherlich. Das ist ja auch abgefrühstückt, dieses beste Deutschland aller Zeiten, so es das jemals gab. Denn das hätte ja, Alex, das beste Deutschland aller Zeiten werden können nach der Wende, 89, 90. Und eigentlich hatte man uns halt auch versprochen, oder? Ist nicht da was falsch? Hätte sich alles in Frieden, Freiheit, Völkerverständigung, Liebe, Wohlstand auflösen können. Wir hätten auch genug gehabt für andere Völker, die zu unterstützen und so weiter. Was hat man gemacht? Genau das Gegenteil. Ja gut, aber im besten Deutschland aller Zeiten hätten ja auch, ich sage jetzt mal, die Angelsachsen diese militärische Sonderoperation, die die nach wie vor in Deutschland führen, beenden müssen. Und wir hätten Putin die Hand reichen können. Und die ganzen Atombomben hätten wir einmotten können. Und das Geld hätten wir dann für die dritte Welt oder für unseren eigenen Blutdruck investieren können. Genau. Und genau das durfte nicht passieren. Das heißt also, nach 89, 90 haben die sich ja erstmal geschüttelt, weil der Sowjetblock zusammenbrach oder zusammengebrochen ist. Und dann kam die große Frage, ja, oh, 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 was machen wir denn jetzt? Uns ist ja der Feind abhandengekommen. Das ist ja eine bittere Sache. Und Anfang bis Mitte der 90er Jahre haben die dann hinlänglich überlegt, was machen wir denn jetzt hier mit dem eigenen militärisch-industriellen Komplex? Was machen wir denn mit der NATO? Denn 1991 hatte sich die Warschauer Vertragsorganisation bekanntlicherweise aufgelöst. Also war der Feind in Toto eigentlich zusammengebrochen oder abgeschafft. Der war nicht mehr da. Der hatte sich aufgelöst. Und was macht man mit dem eigenen Militär- und Industriekomplex und mit dem eigenen Friedens- und Unsicherheitskomplex? Was macht man damit? Mit der organisierten Friedlosigkeit? Was macht man damit? Da hätte man aber die Gesellschaft komplett umkrempeln müssen. Und das wollte man nicht. Insbesondere die USA wollten das nicht. Ja gut, aber eigentlich nur deswegen, weil es gibt natürlich auch Leute, die sich daran bereichern. Ja, also nicht nur an Macht, sondern auch richtiggehend monetär. Ja, Alexa, stimmt natürlich. Aber du musst natürlich sehen, es sind ja ganze Millionen Heere an Menschen, die von der organisierten Friedlosigkeit leben. Bis hin in die Thinktanks, bis hin in die Zivilstrukturen des Militarismus hinein, bis in die Regierungsspitzen, wie viele Pfeifen hätte man eigentlich ins Zivilleben entlassen müssen? Oder was hätte man mit denen alles gemacht? Wo wären die untergekommen? Man wollte diesen Militär-Industriekomplex nicht kollabieren lassen. In Sonderheit nicht in den USA. Die Kongressabgeordneten, die sind zu 40 Prozent ihrer Zeit damit beschäftigt, Gelder einzusammeln, damit sie zum nächsten Wahlkampf schreiben können. Ja, also das heißt, und die werden zum großen Teil finanziert eben von der Privatwirtschaft und von der. Also im Prinzip alles nutzlose Geschichten, sowohl militärisch nutzlos als auch mit der Propaganda nutzlos. Vieles in der Politik nutzlos, viele Zwischenebenen nutzlos. Das ist ja jetzt im Prinzip auch sichtbar geworden, wie tief dieser tiefe Stab, also nicht nur in Deutschland, sondern auch international irgendwo im Gleichschritt. Vernetzt ist, vernetzt und verkrebst ist. Das ist ein einziges Krebsgeschwür. Und wenn du so ein Krebsgeschwür aufschneidest, dann metastasiert das immer weiter. Ich weiß nicht, wie wir es hätten hinkriegen können. Die wollten das nicht hinkriegen. Und es waren ja auch genug alte, kalte Krieger aus der Zeit des ersten Kalten Krieges auch in Europa dabei, nicht? Die Transatlantiker, die wollten das alles nicht. Und dann haben sie sich überlegt, oh, 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 wir nutzen jetzt mal diese ganze Situation und machen eine Vorwärtsstrategie. Und die Vorwärtsstrategie hieß eben NATO-Osterweiterung über die unterschiedlichsten und vielfältigen Etappen. Ja gut. Und Teil dieser Vorwärtsstrategie ist ja jetzt auch in der Ukraine zu sehen und zu beobachten. Das gehört ja unmittelbar dazu. Die gehört ja unmittelbar dazu, ist Teil der Vorwärtsstrategie, integraler Bestandteil der Vorwärtsstrategie. Sie haben es also eigentlich geschafft, Alex, innerhalb eines etwa 30-jährigen Zeitraums uns wieder an den Rand eines ganz großen Krieges zu bringen. Und der Kalte Krieg 2.0, der läuft ja schon lange. Das habe ich ja in dem Buch Der tiefe Staat schlägt zu in meiner Einleitung geschrieben. Genau, es gibt ja wirtschaftliche Krieg, Informationskrieg und verschiedene Eskalationsstufen, die noch stattfinden, bevor die erste Bombe fliegt. So ist es. Und die Frage ist, ob auch zwingend Bomben fallen müssen, denn du kannst ja Gesellschaften über hybride Kriegsformen und Zersetzungsstrategien bis an den Rand des Kollapses bringen. Und da sehe ich Deutschland auch. Ja gut, wirtschaftlich sieht es ja so aus. Und was jetzt die natürlich überhaupt nicht vorhandenen Impfnebenwirkungen angeht, das sind ja auch wichtige Bomben. Das sind Strategien der Angsterzeugung, der Angstproduktion und vor allen Dingen auch einer völligen Neukonfiguration des kapitalistischen Systems. Das wird ja neu aufgesetzt. Das war ja im Grunde genommen schon Ende 2019, wie viele Finanzexperten gesagt haben, am Rande des Kollapses. Also haben sie nochmal eine neue Umdrehung hingelegt. Genau. Und dann beschränken wir uns auf die produktiven Nutzmenschen. Ja, genau. Und die anderen sind nutzlose Esser. Die sind nutzlose Fresser und müssen eigentlich weg. Irgendwie. Gut. Und die berauben mich ja als Oligarchen und wenn wir jetzt zu den Reichen und Superreichen gehören würden, die berauben uns ja unsere Ressourcen. Denn, sagen wir mal, unser Ölreichtum, der lagert ja unter arabischem Sand zum Beispiel. Oder in Russland. Oder in Russland. Also aktuell sind ja unsere Ressourcen unter russischer Erde. Ist ja klar. Da müssen wir ja dran. Genau. Also uns jetzt im Sinne der Hegemonialmacht, gesteuert aus der USA, die ja auch das gesamte Weltall schon quasi erklärt haben, dass sie dort die Schürfrechte haben. Ja, sie haben überall die Schürfrechte und eine sogenannte Weltmacht, die am Rande des Kollapses steht, ist besonders gefährlich. Das müssen wir ganz klar sehen. Und in dieser historischen Phase befinden wir uns. Genau. Und flächenmäßig und einwohnermäßig ist diese sogenannte Weltmacht ja noch nicht mal halb so groß wie die Shanghai-Organisation. Ja, genau. Also die müssen richtig Gas geben, wenn sie ihren Hegemonialanspruch weiter fortsetzen wollen. Und deshalb ist die Sachlage im Augenblick unter geopolitischen Gesichtspunkten besonders gefährlich. Und ich behaupte, dass diese ganze Corona-Nummer das Vorspiel war zum geopolitischen und geostrategischen Endspiel, was jetzt läuft. Genau. Und Europa, beziehungsweise damit natürlich auch Deutschland, liegt im Zentrum dieser Spannungen. So ist es. Und dann kommen wir nochmal hier auf diese Geschichte zurück. Wie gefährlich ist denn das, hier zu leben? Also ich habe ja gelernt, es gibt immer zwei Motive, die eine Bewegung auslösen können. Das eine, wenn wir das jetzt so mit Magneten vergleichen, ist so eine Abstoßung, dass irgendwas da ist, aus dem ich sage, ah, nur weg hier, ich will da weg. Oder die andere, das wäre jetzt eine positive Geschichte, das ist so eine Anziehung, soll es auch zwischen zwei Geschlechtern geben, diese Anziehung, ich will da hin. Sind die anderen Staaten so extrem attraktiv, dass sie diese Anziehung ausüben? Oder ist Deutschland so extrem unattraktiv, dass es diese Abstoßung ausübt? Oder ist es ein Mix von beidem? Ja, die Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten. Aber ich bin davon überzeugt, zumindest gilt das für diese Autorinnen und Autoren, die in dem Buch mitgeschrieben haben, dass sie sich herausgeekelt fühlen aus diesem Land. Also sie sehen sich in allererster Linie, denke ich, als politisch Vertriebene. Und manche von denen sind ja auch, wenn die dem Ärzteberuf angehören, maximal terrorisiert worden vom Staatsapparat, das muss man ganz klar sehen. Die sind überfallen worden teilweise in ihren Wohnungen, denen hat man die Computeranlagen abgeräumt, teilweise haben sie sie bis heute nicht wiederbekommen. Man wollte denen, die nicht auf Linie waren, die Existenz zerstören. Das war das Ziel. Und das hat etwas Faschistisches. Das hat etwas Totalitäres, Totalitär-Verbrecherisches. Und das ist dann die Frage, wenn ein Staatsapparat zu derartigen Maßnahmen greift, wie tief ist die Faschisierung des Staatsapparates eigentlich schon tatsächlich fortgeschritten? Denn das sind ja nur die äußeren Tentakeln, die man sieht. Und ich habe da größte Befürchtungen, was die Totalitarisierung dieses Staatsapparates anbelangt. Aber nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten westlichen Welt. Die USA haben es nach 9-11 vorgemacht. Und das kommt eigentlich jetzt so mit einem Zeitverzug von 20, 25 Jahren auch nach Europa alles. Wir werden gleich auf diese Themen noch näher eingehen, indem wir die verschiedenen Motive mal so ein bisschen durchgehen, warum die Leute dieses Land verlassen oder es erwägen und warum sie vielleicht ein anderes Thema vorziehen. Aber einerseits werden scheinbar ganz aufrecht und intellektuelle Leute, zumindest die mit dem Herz und dem Verstand am richtigen Fleck rausgeekelt, wie du sagst. Und gleichzeitig werden andere reingeholt, reingelassen. Die wollen sogar rein. Sind wir jetzt in ein Ausland- und Einwanderungsland oder sind wir einfach jetzt hier im großen Austausch? Ich denke, wir sind oder die herrschende politische Kaste ist dabei, ein breites Segment der Intellektuellen rauszuekeln. Jedenfalls die kapiert haben, was hier in diesem Lande abgeht. Und viele sehen auch hier eigentlich für sich gar keine Zukunft mehr. Und dann haben wir natürlich, und das hast du ja damit angesprochen, so eine Art Bevölkerungsaustausch, ob der jetzt politisch motiviert ist, weiß ich nicht. Ich befürchte, dass das so ist. Nämlich also den kritischen Teil der Bevölkerung rauszuekeln und immer neue Menschen, ich sage ganz bewusst zu importieren. Aber dieser Bevölkerungsimport findet ja in allererster Linie aus Kriegsgebieten statt. Muss man ganz klar sehen. Und das sind zum großen Teil entweder entwurzelte Menschen oder sind vielleicht auch durch die kriegerischen Entwicklungen im eigenen Land traumatisierte Menschen. Also zum großen Teil in irgendeiner Weise beschädigte Menschen, sagen wir mal so. Und die holt man systematisch rein. Und da sehe ich eine weitere Kriegsstrategie, und zwar eine hybride Kriegsstrategie. Eine Zersetzungsstrategie, denn wenn du in ein Land immer mehr Menschen fremder Kulturen hineinholst, planvoll und absichtlich, sage ich, dann führt das automatisch zu Verwerfungen im eigenen Land, ist völlig klar. Das ist einfach eine Frage der Zahl auch. Ja, okay. Ja, und da sehe ich an der Stelle auch so eine gewisse Absicht oder tatsächlich Kriegsstrategie. Und es gibt ja auch Pentagon-Planer, die sagen, diese Art der Verfahrensweise ist dazu geeignet, Länder zu zerlegen. Ja, so macht man das. Okay. Länder zerlegen. Und nochmal, es ist ganz wichtig zu sagen, die Menschen, die hier einwandern, die kommen ja nicht aus freien Stücken. Die meisten kommen nicht aus freien Stücken, sondern weil sie in den eigenen Ländern keine Lebensgrundlage mehr haben, die ihnen zerstört wurde durch NATO-Kriege. Und das müssen wir jetzt hier nochmal explizit herausheben, denn es geht nicht um den einzelnen Menschen, dass wir den irgendwie negativ bewerten, der jetzt aus seinem Land flieht, sondern es geht einen Schritt weiter, dass wir sagen, warum ist er genötigt, überhaupt zu fliehen? So, wer hat im Prinzip dort unten gezündelt, einen Krieg angefacht? Welche Strategien sitzen dort dahinter? Weil wir gehen mal davon aus, die wären gerne in ihrem eigenen Land mit ihren Nachbarn, mit ihrer Familie. Normalerweise, Alex, wer verlässt denn sein Land, wenn er sich da wohlfühlt und auch eine Einkommensgrundlage hat, seine Freunde hat, seine Verwandtschaft hat und so weiter? Wer geht denn freiwillig? Vielleicht ein paar Abenteurer, aber die spielen da zahlenmäßig auch keine Rolle. Ja, nur aus purer Not. Und da sind wir wieder bei diesen zwei Kräften. Es gibt ja Abstoßungskräfte, die müssen halt erzeugt werden, sei es wirtschaftlich, sei es politisch, sei es kriegerisch, wie auch immer, sei es über die Nahrungsmittelversorgung. Ja, so. Und die anderen, das sind die Abenteurer, die sagen, das ist mir ein bisschen langweilig, ich will was anderes kennenlernen, es gefällt mir in meiner Heimat wunderbar. Darum geht es aber gar nicht. Genau, darum geht es nicht. So, jetzt gehen wir über die Motive auszuwandern. Viele haben beschrieben, dass dieses System, und über das System haben wir jetzt schon ein bisschen gesprochen, kann man ja gar nicht so richtig trennen zwischen Deutschland und der EU und sowas. Ja, klar, kannst du nicht. Aber dass dieses System ein Niedergang ist. Es sieht so aus, denn schau mal, je repressiver ein politisches System wird, desto klarer ist, dass es an seine Grenzen gekommen ist. Genau, weil die Leute freiwillig nicht mehr mitmachen. Du brauchst als politisches System oder als Regierung, wenn du es denn gut mit der eigenen Bevölkerung meinst, da brauchst du ja keine Repression, sagen wir mal, abgesehen jetzt zur Kriminalitätsbekämpfung oder so, um Kriminelle einzufangen, aber darum geht es ja jetzt gar nicht, sondern es geht um politische Repression nach innen, um widerständige Kräfte unten zu halten oder auszusortieren oder zu verhaften und im Knast zu halten, wie Michael Baldwig beispielsweise. Der ist ja kein Krimineller, sondern er wird zum Kriminellen gemacht. Und viele Großkriminelle in der Politik und in der Wirtschaft, die laufen alle frei herum, erstaunlicherweise. Ja, erstaunlich. Vor allen Dingen, wenn man vergleicht, dass ein Wurstproduzent in Bayern, der gleichzeitig beim FC Bayern im Vorstand saß, also ich spreche jetzt den Herrn Hoeneß an, auch wegen Steuervergehen wesentlich schneller abgehandelt wurde und dann, ich glaube auch zu Ostern, nachdem er tatsächlich verknackt wurde, dann mit seiner Familie natürlich zum Kaffeetrinken gehen. Ja, es gibt ganz viele dieser Beispiele, Alex. Und man kann eigentlich sagen, je größer das politische Verbrechen und je größer der Schaden, desto geringer die Verfolgungsintensität des Staates. Damit legitimiert sich dann auch die parlamentarische Immunität. Die parlamentarische Immunität ist eigentlich aus meiner Sicht Teil eines Strafverfolgungsverhinderungsinstrumentes. Was anderes ist das nicht. Denn du kannst ganz klar sehen, dass die politische Kaste sich im Wesentlichen vor Strafverfolgung abgesichert hat. Egal, was die anstellen. Ja gut, das ist ja dann auch, wenn man von Laien regiert wird, ob jetzt Laien das Familienministerium oder Laien das Verteidigungsministerium oder Laien die EU führen, dann sieht man das ja. Da sehe ich jetzt, ja gut, das ist natürlich eine Laien-Spiel-Schar und das ist sicherlich auch die übelste Regierung, die aktuell an der Macht ist, seit 1945. Aber die davor war ja auch nicht besser, die Merkel-Klick. Da muss man ja ganz klar sehen, nicht? Also das ist ja alles vorbereitet worden. Ich dachte nach 16 Jahren Merkel, schlimmer kann es nicht. Doch. Aber das war einer meiner größten Fehleinschätzungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war aber nach Kohl dieselbe Geschichte. Da kam Schröder. Verkohlt, ausgemerkelt und jetzt? Und jetzt entgescholzt. Also es ist so krank, es ist so abartig und pervers, wenn man jetzt mal, egal von welcher Seite du eigentlich an diesem System kratzt, ob du jetzt über die Ernährungsfrage kommst, ob du über die Kriegs- und Friedensfrage kommst, ob du über Auswandern und Standhalten kommst oder über die Umweltfrage kommst. Du landest eigentlich immer wieder bei der zentralen Frage von Macht und Herrschaft. Und wer sind diejenigen, die die eigentlichen Schalthebel der Macht in den Händen halten? Das ist die entscheidende und wirklich alles entscheidende Frage. Und wer sind diejenigen, die da in den politischen Systemen meinen, sie würden uns repräsentieren? Das ist ja alles nur ein Schmierentheater. Das ist einfach nur noch abartig, was da abgeht. Ich habe jetzt gehört, das ist ein großer Scheißhaufen, der allerdings schön glitzert und verkromt ist. Da haben wir natürlich ein Problem, weil die meisten das ja noch gar nicht erkennen. Die einen sitzen an den Hebeln, die anderen lassen die gewähren, lassen die sitzen, machen vielleicht noch ihr Kreuz an der entsprechenden Stelle. Die lernen nicht dazu. Die Masse lernt nicht dazu. Das kannst du eben daran sehen. Das heißt, die erliegen immer noch der Illusion, schon seit 1945, dass, wenn sie jetzt mal sauer sind auf eine CDU-Kanzlerschaft, dann ihr Kreuzchen bei der SPD machen oder irgendwo noch woanders machen, dass sich strukturell und grundsätzlich gar nichts ändert. Und seit Kohl spätestens kann man das eigentlich wunderbar nachvollziehen. Es ist durch das Kreuzchenmachen bei der sogenannten Alternativfraktion nie besser, sondern immer noch schlimmer geworden. Ja, die Merkel hat ja gesagt, das ist alternativlos. Und der Kohl hat gesagt, lass die doch meckern, die Kolonne zieht weiter. Das ist im Prinzip die gleiche Aussage. Es ist im Prinzip dieselbe Aussage, anders ausgedrückt, vollkommen richtig. Das heißt also letztendlich die vollkommene Arroganz der Macht, die sich da zeigt. Nach dem Motto, ist uns doch scheißegal, wo ihr da euer Kreuzchen macht, interessiert uns überhaupt gar nicht. Macht das mal schön, das machen wir jetzt hier so als Schauspiel. Und wir bestimmen sowieso den Gang der Dinge. Du hast gesagt, die meisten erkennen das nicht, weil die lernen nicht dazu. Nein, sie lernen nicht dazu. Ist das jetzt absichtlich so gemacht? Also ich sage jetzt mal, es gibt ja gewisse Substanzen, die werden da manchmal in der Luft oder in der Zahnpasta soll es das auch geben, das am Denken behindert. Aber gut, lange Rede, kurzer Sinn. Aber theoretisch wären ja die Medien oder die Bildungssysteme auch in der Lage, den Leuten ein kleines bisschen zu helfen, dazuzulernen. Oder ist das überhaupt möglich, die Masse zu unterrichten? Oder sind die schlicht und ergreifend zu faul und laufen eh irgendeiner kleineren, deutlich kleineren Gruppe hinterher, die halt gerade das Narrativ setzt? Ja, das ist ja die Frage, das ist wirklich die entscheidende Frage im Grunde genommen. Ich bin davon überzeugt, dass du über ein gutes Bildungssystem und über sauber arbeitende Medien, die sich nicht nur der Propaganda verschrieben haben, einen erheblichen Teil der Bevölkerung gut unterrichten könntest und auch in die Lage versetzen könntest, politisch qualifizierte Urteile zu fällen. Davon bin ich überzeugt. Das alles ist ja vollkommen auf den Kopf gestellt worden, planvoll und absichtlich. Und daran sieht man, dass die Verblödung weiterer Teile der Bevölkerung, maßgeblich der jungen Generation, dass dahinter ein Konzept steht. Nämlich, 2000 wurde der Pisa- und Bologna-Prozess verabschiedet. Der Bologna-Prozess und Pisa-Prozess, die waren darauf angelegt, eine neue, mehr oder weniger ungebildete und oder Funktionselite zu produzieren. Aber keine gebildeten, denkenden Menschen, schon gar nicht politisch denkenden Menschen. Ist dann der Gewinner von diesen Pisa-Dinger bei anderen Schulen besonders stromlinienförmig dumm? Ja, klar. Kannst du ja sehen. Kannst du ja eins zu eins ablesen. Die sind nicht mehr gebildet, die können keine Zusammenhänge mehr herstellen. Und wir dürfen aber nicht vergessen, in dieses Zeitfenster hinein fällt die ganze Handysierung und Computerisierung. Die spielt eine ganz entscheidende Rolle, wie wir drauf gewesen wären. Guck mal, ich bin Jahrgang 51, wenn man mir als Zehnjährigem bereits hier so ein Fummelgerät in die Hand gegeben hätte, wie ich heute drauf wäre. Weiß ich nicht. Die Frage kann ich gar nicht beantworten. Ohne Pisa- und Bologna-Prozess. Naja, die Zeitmaschinen sind jetzt noch nicht eingeführt, als hätte man es mal ausprobieren können. Genau. Aber okay, du sagst, die sind nicht in der Lage, auch aufgrund der Art und Weise der Bildung und so weiter, aber sie sind noch in der Lage, ein Kreuz zu machen auf irgendeinem Wahlzettel. Aber ich kann ja ein Kreuz an der falschen Stelle machen. Ja, ist ja ziemlich ein Kreuz. Das heißt, die Wahl ist korrekt durchgeführt. Das ist doch schon... Ja, das ist ja schon was. Das ist ja schon was. Ich meine, Trump hat ja auch vor, das jetzt zumindest mal beim nächsten Mal durchzusetzen, wirklich auf Papier das zu machen, damit die Wahlmaschinen per Algorithmus und künstlicher Intelligenz nicht möglicherweise... Manipulieren die ganzen Wahl. Naja, wie auch immer. Die Schweiz hat zum Beispiel noch die Möglichkeit, zumindest in Form der Volksabstimmung ein kleines bisschen Bremse reinzuhauen. Ich sage jetzt mal, heute ist es doch so, wir haben ein Parteiensystem, ein politisches System. Es ist eigentlich völlig egal, was ich ankreuze. Und die Merkel hat es ja auch so schön gesagt, der Wähler darf überhaupt nicht davon ausgehen, dass nach der Wahl das gemacht wird, was vor der Wahl versprochen wird. Ja, das ist das eine. Und sie hat ja auch irgendwann diesen dämlichen Spruch von sich gegeben, von der marktkonformen Demokratie. Ja. Marktkonforme Demokratie. Und wenn man bestimmte Begriffe untersucht auf ihren Kern, dann sieht man daran und an deren Aussagen, dass die auf die sogenannte Volkssouveränität scheißen wird. Interessiert die überhaupt gar nicht. Das heißt, wir haben ja genau das, was wir vorhin schon skizziert haben. Die Karawane zieht weiter. Wir machen eh was alternativlos. Alternativlos. Alternativlos ist ja die Standardfrasen, Reformen und alternativlos, waren die Standardfrasen der neoliberalen Kontorevolution seit 40 Jahren, seit 30 Jahren. Genau. So nach dem Motto, denkt nicht nach, ihr habt eh keine Ahnung. Außerdem gibt es keine Alternative. Und die Alternative war ja auch nicht da. Und man hat ja auch systematisch dafür gesorgt, politischerseits, dass keine Alternative mehr im Raum war. Denn die Parteien, CDU, CSU, SPD, FDP, zunächst einmal, dann kamen die Grünen dazu, die sich vollkommen gewandelt haben und dafür wurde ja auch gesorgt, mit viel, viel Geld wurde dafür gesorgt, sind ja unter wirtschaftspolitischen Gesichtspunkten und dann nach dem Wandel der Grünen auch unter dem Gesichtspunkt der Außen- und Kriegspolitik vollkommen identisch. Du kannst doch wählen, wen du da willst. Die haben alle dasselbe Programm. Sie sind austauschbar. Das heißt, du hast in Westdeutschland oder in Deutschland heute eine neue Einheitspartei. Früher hieß die SED, heute könnte die Kapitalistische Einheitspartei Deutschlands heißen. Ja gut, das sind Blockparteien. Das sind Blockparteien und nichts anderes und deshalb ist ja doch vollkommen egal, wo du dein Kreuz setzt. Genau, und ein Demokratie-Schauspiel. So, ja, aber jetzt müssen wir auch nochmal über die Gewaltentaten sprechen. Ja, so. Haben wir überhaupt noch sowas wie eine Gewaltenteilung? Also zum Beispiel war es das Usus innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, dass Waffen in Kriegsgebiete geliefert werden. Es war Usus, dass eine Impfpflicht, also körperliche Unversehrtheit und so weiter. Ja, die Medien haben, also wir ja nicht. Das ist keine Impfpflicht. Wir sind ja die alternativen Medien, aber die GEZ-finanzierten Medien, die haben die Fragen ja gar nicht aufgeworfen. Dann haben wir noch die Faktenchecker, eine Zensur findet nicht statt und so weiter, pipapo. Also ein Widerspruch nach dem anderen, der auch dazu führt, dass die Leute im Prinzip nichts mehr verstehen. Das ist ja das und das gehört ja zu einer hybriden Kriegsstrategie, die Menschen dermaßen zu verwirren, dazu überhaupt nichts mehr blicken. Das gehört dazu. Also wie wir es formuliert hatten in dem Buch Megamanipulation, ideologische Konditionierung in der Fassadendemokratie, es ist genau so angelegt. Es ist Absicht, es ist eine psychologische Kriegsoperation, die da gemacht wird. Und wenn man dir dein Gehirn zerlegt über den Weg der permanenten Fehl-, Teil- oder Nichtinformation, dann kannst du auch als Staatsbürger gar nicht mehr deiner Funktion als mündiger Staatsbürger nachkommen. Die hat man dir nämlich genommen, die Mündigkeit. Man hat dich entmündigt. Und ich sage ja, das, was hier abgeht aktuell, ist ein großer Freiversuch, Freilandversuch der Umerziehung, was hier abgeht. Umerziehungslager Deutschland im Laufstall, im neuen, ideologischen und fest umrissenen Laufstall. Aber zurück zu deiner Frage, was ist eigentlich mit der Gewaltenteilung? In besseren Phasen, wo noch so ein Hauch von Demokratie zu spüren war, so in den 70er Jahren, da hatte der Brandt ja auch mal gesagt, also mehr Demokratie wagen, muss man sich schon mal reintun. Wagen? Wir wollen mal mehr Demokratie wagen, das heißt, er wusste damals schon, dass keine Demokratie vorhanden war. Und sie war de facto auch nie vorhanden, ich habe noch mal, es gab bessere Phasen in diesem politischen System. Die nicht funktionierende Gewaltenteilung war in Deutschland spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg, ich rede jetzt nur mal von der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, die war schon gar nicht angelegt, die Funktionsfähigkeit. Ja gut. Dann konntest du sagen, da wurde von oben durchregiert und dann hat der Finanz, Entschuldigung, der Justizminister hat dann angerufen beim Generalstaatsanwalt, da lässt du immer die Finger von Deck. So läuft das. Und dann wird durch, weil du keine unabhängige Justiz hattest und der Justizapparat sowieso war immer sehr staatsgläubig, autoritär, in Deutschland sowieso. Gut. Und die unabhängigen Medien hatten wir nach der Wende auch nicht. Also nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Ja, wir hatten ja auch mal bessere Zeiten in den Medien, muss man ja auch mal sehen. Also du kannst aber sagen, auf allen Ebenen, auf allen politischen, ökonomischen, kulturellen Ebenen, medialer Ebene erfolgte ein, oder friedenspolitischer, erfolgte ein gigantischer, ein Rollback, sagt man, ein Zurück zum autoritären, reaktionären Staat. Und da stehen wir heute. Ja gut, ist das auch schon eine frühe Art von dem, was wir heute Cancel Culture nennen? Dass man angepasst ist, dass man der Nickhund ist, egal in welcher Position? Dass niemand anecken will? Ja, da war ja auch schon so. Dass er sich immer anbiedern will? Ja, Alex, da war ja immer schon so. Also nicht anecken und die Schnauze halten und immer schön, ha, 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 muss immer schön mitmachen. Und kenne ich schon, kenne ich alles schon früher. Ich weiß noch, meine Tante, die hat schon gesagt, ihr Mann war Postpräsident. Also ich komme aus so einer stinkbürgerlichen Familie. Die hat schon gesagt, Uli, musst du denn immer, du kannst doch auch immer deinen Mund halten. Da war ich, glaube ich, 16 oder so. Da habe ich ja gar nicht, noch gar nichts geblickt. Das kann er nicht, deswegen sitzt du heute bei uns. Ja, ich sage mal, behiemen doch die Schnauze. Er kann einfach die Schnauze nicht halten. Ich freue mich ja, sonst hätten wir hier einen Stummfilm. Ja, das machen wir aber nicht. Wir machen hier keinen Stummfilm. Und unter dem Aspekt ist, dass diese Art von Cancel Culture geht aber ja noch weiter, Alex. Die geht ja weit darüber hinaus. Und das heißt hier, was vorher so stillschweigend gesellschaftlicher Konsens war, nicht an Ecken und Maul halten und ach, macht ihr doch keine Schwierigkeiten im Leben und ach, wir könnten denn da doch nochmal einer in die Suppe spucken. Das war ja immer da. War immer da. Aber jetzt wird das zum politischen Programm der Herrschenden erhoben. Political Correctness, Cancel Culture und so weiter. Und diese ganzen Cancel Culture-Fuzzis, denen sollte man mal sagen, pass mal auf, geht nicht darum, dass ich keine Rasterlocken hier auf dem Kopf habe, sondern ihr dürft keinen Kaffee mehr trinken. Ihr dürft auch keinen Kakao mehr trinken. Ihr dürft auch keine Spaghetti mehr essen, denn das ist alles kulturelle Aneignung. Ja, und die Lithium-Batterien eurem Scheiß-Tesla auch. Sowieso alles. Also wenn die mal ein bisschen Hirn einspeisen würden in das, was sie da sagen, dann müssten sie eigentlich bei Eisbein und Sauerkraut stehen. Mehr ist nicht für euch. Ja gut. Weißt du, zum Hirn einspeisen muss ja irgendwo auch erstmal Gehirn vorhanden sein. Also ich empfehle mal, weil wir hatten ja auch mal über die... Es gibt ja Leute, die sagen, nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in diesem föderalen System Deutschland genau so aufgebaut, dass es eigentlich unregierbar ist. Und ob das stimmt oder nicht, ich habe mir mal den Witz gemacht und habe gesagt, okay, 1948 oder was, 1949 Wahlkampfplakate. Bei Google gesucht und dann mir die Bilder anzeigen lassen und siehe da, da war SPD. Die wollten ein geeintes Deutschland, ein gesamtes, demokratisches, freies, geeintes Deutschland haben. Das ging aber über die DDR-Grenzen, die es dann später vermeintlich gab, hinaus. Und die CDU wollte das Gleiche und die FDP wollte das Gleiche. Und ich weiß nicht, wie viele Parteien im Prinzip alle das Gleiche wollten. Und jetzt schauen wir mal ein paar Jahre später hin und haben noch immer keinen Friedensvertrag und wollen aber die Ukraine zwingen, Verhandlungen zu machen. Und die PP-Pro-Friedensverträge, wo wir selber noch keinen haben. Ja, daran siehst du ja, Artikel 146 Grundgesetz ist ja nie umgesetzt worden. Ach, Uli, das Grundgesetz ist doch eine Verfassung. Ja, ist ja nie umgesetzt worden. Also das Grundgesetz ist ja über die Infektionsschutzgesetze eigentlich suspendiert, ist außer Kraft gesetzt. Ja, du bist gar nicht eingestiegen auf das Grundgesetz, ist eine Verfassung. Und der Artikel 120, wonach wir unsere Besatzungskosten bezahlen, den lassen wir mal weg. Und den alten Artikel 23, wonach der Geltungsbereich beschrieben wurde, der ist ja auch weg. Die Frage ist ohnehin, was spielen wir hier eigentlich für ein Spiel? Juristisch ist doch nichts mehr haltbar hier. Nein, es ist auch nichts mehr haltbar. Deshalb habe ich ja gesagt, es ist ja politische Justiz. Und die politische Justiz entscheidet darüber, was du zu sagen oder nicht zu sagen hast. Und wenn du das Maul zu weit aufreißt und für die greifbar bist und auch so interessant bist wie Michael Ballwig und vielleicht manche andere, dann hast du ein Problem. Der hätte vielleicht auswandern sollen. Der hätte auswandern sollen, dann wäre er wahrscheinlich schwerer greifbar. Aber ich meine, wenn die jetzt die politische Verfolgung wirklich beinhart durchsetzen wollen, dann würden sie den natürlich auch in einem anderen Land noch greifen können. Aber wenn Michael Ballwig beispielsweise ausgewandert wäre, dann wäre der ja erstmal für die uninteressant, weil er hier kein Unruhestifter mehr wäre. Und das ist eigentlich das Hauptziel. Die Frage ist ja, welchen Einfluss kann er ausüben? Ein Oliver Janich sei hier an der Stelle genannt? Ja, gut. Da ist dann die Frage, wie weit wurde da durchgegriffen von Seiten des deutschen Staatsapparates? Oder hatte er sich nicht mit vor Ort Oligarchen angelegt? Und das weiß ich aber nicht zu beurteilen. Okay. Medien, Bildung, Migration hatten wir schon. Haben wir hier überhaupt eine deutsche Politik oder haben wir eine amerikanische? Wir haben hier eine amerikanische Politik. Hier wird amerikanische Politik exekutiert. Nichts anderes. Wir haben ja über 100 Militärstützpunkte der USA. Wir haben etwa 47.000 Militärangehörige der USA, also Soldaten und Zivilpersonal in Deutschland stehen. Hast du da die Bundeswehr gleich schon mitgerechnet? Nein, nein, nein. Nur US-Leute. Und wie viele Undercover-CIA-Agenten hier zusätzlich aktiv sind, ist noch eine ganz andere Frage. Die Zahl wirst du nicht bekommen. Dann haben wir noch britisches Militärpersonal, etwa 10.000, soviel ich weiß. Die 100 Militärstützpunkte allein in Deutschland hatte ich schon ganz kurz erwähnt. Dann haben wir auch strategische Commands in Stuttgart der USA. Also Deutschland ist de facto ein besetztes Land, muss man ganz klar sagen. Und die Kanzler, die fahren ja ziemlich schnell, wenn sie denn eingesetzt worden sind, gleich nach Washington und unterhalten sich da dann mal mit den Bossen, der Bossen und der Bosse und holen sich dann da irgendwelche Direktiven. Interessant war da auch kürzlich dieses Spontanbesuch von unserem Bundeskanzler bei dem vergreisten Präsidenten da drüben. Herrn Biden. Ja, ich weiß nicht, ob er mit dem Rollator, aber es ist ja auch egal, was dort besprochen wurde, keine Ahnung. Aber anschließend gab es sofort die Geschichte, dass doch mit einem ukrainischen gecharterten Segelboot die Nord Stream 2 irgendwie... Ja, ja. Nee, es war ein Schlauchboot oder ein Kajak, ich glaube es war ein Kajak. Also, oder sie sind hingeschwommen oder ich weiß nicht. Es ist so ein Bullshit, es ist einfach gar nicht mehr zu toppen. Und sieh mal, wir haben auch einen interessanten Aufsatz, an den erinnerte ich mich, geschrieben oder ein Autor hatte den geschrieben in dem Buch Megamanipulation. Denn da ging es um die Frage des Papstattentates. Jetzt kannst du dich natürlich fragen, was hat der Papstattentat mit Nord Stream 1, 2 zu tun? Sehr viel. Insofern, als Geheimdienste, die ja Staatsoperateure sind, wenn sie besonders schlimme Verbrechen begangen haben, was sie ja am laufenden Band machen, aber wenn es dann besonders schlimm aussieht, Augenblick, dann machen sie was, Alex. Dann streuen die ganz viele Spuren aus. Ganz, ganz viele Spuren werden ausgestreut. Und wenn ich es noch richtig auf dem Schirm habe, waren das bei dem Papstattentat, haben die, glaube ich, über 100 Spuren gesetzt. Das heißt, selbst gutwillige Ermittler wissen manchmal gar nicht, wo sie da anfangen sollen. Nun ist jetzt hier bei dieser Nord Stream 1, 2 Sprengung ist der Fall sehr viel klarer für mich. Aber wenn die Geheimdienste und ihre Propagandisten dann wieder eine Großschlacht medial gewonnen haben, dann ist die nämlich gewonnen, wenn sie schon wieder so etwas hineingesetzt haben, wie das, was du gerade gesagt hast. Das ist also Verwirrungsstrategie. Absolut. Wobei der katholischen Kirche hatte ich es auch zugetraut und dem Papst, weil die haben ja auch abgrundtiefe Dinge auf ihrem Kerbholz. Ja, natürlich. Die haben ja tausendelange Erfahrung. Okay, aber ob jetzt da wirklich so ein Papst tauchen kann. Ich denke, wir müssen hier an diesem Tisch nicht erörtern, wer jetzt die Pipeline gesprengt hat. Aber die saublödeste, dümmste Phrase, die ich irgendwann mal gehört oder gelesen habe, ist, also die Russen seien es ja selber gewesen. Also blöder geht es schon gar nicht mehr. Und ich meine, da muss man Journalisten, die so einen Dreck in die Welt setzen, die müssen wirklich fragen, ob sie nur noch Grütze im Kopf haben oder ob da überhaupt noch irgendwas war, aber zwischen den beiden Ohren. Also die könnte man doch sofort zum Außenminister machen. Das wäre natürlich wirklich, da habe ich noch nicht dran gedacht, aber die Idee ist gut. Ja, genau. Die Idee ist wirklich gut. Die werden sich zwar an 360 Grad drehen, wenn sie dort sind, aber alles gut. Ja, also 360 Grad Servierkräfte, US-amerikanische Außenpolitik, die brauchen wir ganz dringend. Und das ist auch völlig egal. Aber da muss eigentlich eine Frau sein, anders geht das gar nicht. Ja, das stimmt. Ich war mal in der Türkei und da gab es diesen Tanz der Derwischer. Also die haben dann solche Kleidung gehabt, sah so aus wie so ein Rock. Und die haben sich dann 360 Grad gedreht. Und dann sind die so hochgeflogen, diese Röcke. Und das haben die stundenlang gemacht, ohne wirklich total, aber beeindruckend. Und wenn das eine Frau macht mit einem Rock, dann können wir das also wirklich nützlich einsetzen, zumindest im Sommer, weil das gibt dann einen schönen Luftzug, 360 Grad und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Ja, und ist auch schön anzusehen. Und ist aber auch schön anzusehen. Aber das, was uns da aktuell als 360 Grad Servierkraft deutscher Außenpolitik präsentiert wird, ist so unter aller Kanone. Das ist schon wirklich. Und da kann man eigentlich sagen, wenn du in den politischen Schaltfunktionen, also solche Figuren sitzen hast, dann ist das ein Spiegelbild des Verfalls des Landes. Und da sind wir. Eigentlich ist es doch eine Komödie, wenn es nicht so traurig wäre, der wir beiwunden ist. Ja, ich weiß manchmal ja auch gar nicht, muss ich mich jetzt ausschütten vor Lachen? Oder das gelingt mir manchmal in diesem Bezug, in vielen anderen gelingt mir das. Aber weißt du was, die Hauptsache ist dann eigentlich Fremdschämen. Fremdschämen, ich habe ja irgendwie noch einen deutschen Pass, ich rede ja auch in deutscher Sprache, glaube ich jedenfalls, wohne zwar schon seit vielen Jahren im Ausland, das bleibt auch so, aber Fremdschämen tue ich mich schon. Ich schäme mich für dieses Politpersonal und ich schäme mich für ein ganzes Land, was solche Figuren zulässt. Also ich schäme mich nicht für dieses Politpersonal, weil die sind ja so dumm, die merken es ja selber nicht. Ich schäme mich für all diejenigen, die sich mit dem Nasenring durch die Arena ziehen lassen, jetzt Angst haben, dass sie ihre Häuser von wegen Fassadendemokratie mit zwei Meter Kunststoff noch dämmen müssen, dass sie die Energiesicherheit, dass sie die höchsten Abgaben haben, die niedrigsten Renten, die geringste Eigentumsquote und so weiter. Und für die schäme ich mich, dass wir in diesem Land, ich spreche jetzt über die normalen Leute, dass wir hier die Karre ziehen, dass wir das mit uns machen lassen und dass wir für jeden Scheiß bezahlen und unter Umständen auch noch Waffen irgendwo hinschicken, wo Leute damit und vielleicht selber noch in den Krieg geraten. Und dass wir das mit uns machen lassen, dafür schäme ich mich. Aber für diese Politiker, die wissen ja noch nicht mal, was Schämen ist. Ja, das ist natürlich wieder ein neuer Gedanke, der ist mir noch so nicht gekommen. Die wissen noch nicht mal, was das überhaupt ist, weil sie einfach schamlos sind. Genau. Also wenn ich frei bin von Scham, dann kann ich mich auch gar nicht mehr schämen. Genau. Gut, lange Rede, kurze Dinge. Jetzt haben wir über sehr viele Dinge gesprochen, die im Prinzip... Angerissen haben. Auch. Motive sind, gewesen sind, die im Prinzip hier... Jede einzelne Geschichte, jeder einzelne Bericht, der lässt natürlich tief schauen. So, die einen, die haben das Demokratieproblem massiv behandelt. Wieder andere, dann auch die wirtschaftlichen, wieder andere auch die politischen, die Zensur, die Meinungsgeschichte. Alles das ist eben der Niedergang eines Landes, der da angesprochen wird. Das sind ja alles ganz subjektive Geschichten von betroffenen Menschen. Genau. Und das ist kein, wie wir es früher gemacht haben, das ist kein wissenschaftliches Buch. Die meisten Fußnoten, die habe ich da selber gesetzt, wo ich versucht habe, den Niedergang eines Landes zu beschreiben in einem Zeitraum von 30 Jahren. Corona allerdings als ultimativer Punkt, an dem sichtbar wurde, dass wir wirklich in einem faschistischen System sind. Und inklusive Blockwart-Denunziationen, willfähriger Richter, Polizei und so weiter. Die Grundrechte sind weg, waren weg. Und es kommt mir ja selber heute auch schon so vor, dass wenn ich diese Geschichten hier lese, die ich sehr wohl nachvollziehen kann. Wie Geschichte, ne? Ist schon zehn Jahre her, oder? Das fühlt sich irgendwie so an wie weit weg. Das war doch gerade erst. Also der Kochtopf ist noch nicht abgekühlt, dann tragen die schon wieder den Nächsten durch den Raum. Das ist unfassbar. Und das ist wirklich schon faszinierend. Gehört auch zur hybriden Kriegsstrategie gegen die Bevölkerung. Ich sage ja auch immer, die führen Krieg nach innen und Krieg nach außen. Und das gehört dazu. Also Verwirrung ist ganz, ganz wichtig für einen totalitären Propaganda-Apparat. Massive Verwirrung. Aber was wir jetzt beschrieben haben, hat ja im Prinzip so ein bisschen den deutschen Fokus. Aber sagen wir mal, wenn ich jetzt aus Deutschland auswandere und in die EU einwandere, also in ein Nachbarland, ebenfalls EU, ist natürlich einfacher. Wir haben hier, hier, was weiß ich, vor allem Personen. Formal, ja. Macht das einen Unterschied? Es macht einen Unterschied. Es ist ein Unterschied, ob du in Deutschland lebst. Es ist sicherlich auch ein Unterschied, ob du in Deutschland in städtischen Zentren lebst oder im ländlichen Raum. Das fängt natürlich auch wie immer von den Menschen ab, die jetzt da in meiner Nachbarschaft leben, ob es Idioten sind oder ob es ansprechbare, vernünftige Menschen sind. Dann ist wichtig, wie ist insgesamt die kulturelle Entwicklung in dem betreffenden Land? Wie ist die politische Entwicklung konkret? Wie widerständig waren und sind die Menschen früher gewesen? Wie widerständig sind sie heute? Und da sehe ich schon gravierende Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern. Ob du nach Frankreich gehst oder nach Deutschland oder ob du Deutschland und Niederlande betrachtest. Ich denke schon, da sind ganz gravierende Unterschiede doch. Absolut. Also sagen wir mal von der politischen Kultur her. Genau, bezogen jetzt auf diese Corona-Geschichte, die jetzt auch hier so ein bisschen zum Anlass gedient hat, sicher dieses Buch zu schreiben, sind ja ein paar Länder doch herausgestochen. Wie zum Beispiel Schweden hat sicher, was die Corona-Maßnahmen angeht, einen Lichtblick für aufgeklärte Menschen dargestellt. Aber gleichzeitig natürlich auch abgrundtief in der Digitalisierung. Ja, stimmt. Also das heißt, diese Widersprüche, die kannst du nicht aufbrechen. Weil die gesamte Großentwicklung geht in Richtung Zentralisierung, Digitalisierung und, ja, ich würde damit sagen, auch Entdemokratisierung und Entmündigung im Breiten. Und das Dach für all diesen ganzen Wahnsinn ist die EU. Darüber wird das letztendlich dann justiert und auch durchgesetzt. Jetzt versuchen sie ja auf EU-Ebene die Bargeldabschaffung, die schleichende Bargeldabschaffung. Sind jetzt schon wieder so im Salamitaktik-Bereich sind sie ja unterwegs. Also vorher solltest du ja noch 10.000 Euro bar transferieren können oder damit einkaufen können. Und jetzt wollen sie auf 7.000 absenken, natürlich, um deine Geldwäsche zu verhindern. Also sie selber veruntreuen Milliarden im Dutzendpack oder Billionen sogar im Rahmen dieser ganzen Corona-Nummer alleine. Von der Kriegsnummer rede ich noch gar nicht. Haben Maskenkäufe in Hunderten von Millionen, die sie dann vernichten, Impfstoffe, habe ich gestern, glaube ich, noch gelesen, müssen sie noch abnehmen. Die sind noch gar nicht geliefert. Ich glaube von 2,3 oder 2,5 Milliarden, die sie noch zusätzlich wieder bezahlen müssen. Also die vernichten Wohlstand in der Fläche, saugen damit natürlich den Wohlstand aus der Fläche der breiten Bevölkerung ab. Das hast du ja vorhin schon auch angesprochen über die gigantische Abgabenlast, die da stattfindet. Und die weitere Verarmung dann, wenn man dir jetzt irgendwann noch das Haus unter dem Arsch wegfändet oder es für dich unmöglich macht, weiter zu bewohnen, weil du ja dann die entsprechenden Umweltauflagen nicht erfüllst und so weiter und so weiter. Das geht ja, wie gesagt, Schlag auf Schlag. Also Verarmung auf allen Ebenen und diese völlige Diskrepanz zwischen, sagen wir mal, Bürgerfreiheit im Sinne des Bargeldverkehrs und gigantischer Geldverschwendung, Wohlstandsverschleuderung über verbrecherische Politik. Da wird überhaupt gar nichts zum Thema gemacht. Wo sind da diese Medien? Ich meine, die ganze eh in die Tonne treten. Die müsste man gleich, die müsste man zwangs zerschlagen, die Medien. Eigentlich sollten wir mal von Eingeschenkt TV eine Rechnung an die GEZ stellen für unsere geleistete Arbeit. Einfach, weil wir ja genau diesen Journalismus machen. Ganz genau. Also weil wir denen sozusagen die Aufklärungsarbeit und die politische Vielfalt sozusagen in gewisse Weise abnehmen. Wir machen deren Job, den sie machen müssten und sie selber betätigen sich da mit Soap-Operas und sonstigem Bullshit. Diese täglichen Quatschrunden da von irgendwelchen Psychopathen, die dann da zusammensitzen und alle denselben Scheiß labern. Wer braucht denn das? Tja, keine Ahnung, wer das braucht. Aber an der Stelle sei gesagt, solange wir die Rechner an die GEZ noch nicht stellen können, danke für eure Hilfe. Ja, okay. Die machen ihren Job. In diesem Sinne. Gehen wir mal weiter auf dem Erdball. Weil diese Fragen stellen sich ja doch einige. Wo ist es besser? Innerhalb, in Europa macht ja Ungarn so ein bisschen den Unterschied aus. Ungarn wird dann natürlich auch gleich voll wieder in den Dreck getreten von diesen Superjournalisten, von diesen Faktenfakern und so weiter. Das ist ganz klar. Denn diejenigen, die jetzt hier dieses beste Land der ganzen Welt verlassen, die können ja nur einen an der Waffel haben. Die gehen dann nach Ungarn, sind ja alles Rechtsradikale. Ach so. Oder auch in andere Länder. Gott sei Dank, dass sie jetzt alle weg sind. Weil jetzt sind sie ja unter uns. Wir sind ja jetzt dann unter uns. Und die Millionen Menschen, die hier hineingekommen sind nach Deutschland, die müssten sich ja erst mal... Aber ich sage mal, die rechte ich hardcore unter uns. Die sind doch eh festgeklebt. Die können doch gar nicht auswandern. Ja, also ist klar. Die sind natürlich mit dem Arsch festgeklebt. Die kommen da nicht mehr weg. Das ist klar. Aber das wäre nochmal wieder eine neue Nummer zu fragen. Weil die werfen uns ja immer vor, wir seien sowas wie Querfront. Wir sind doch Querfront. Was ist denn eine Querfront? Ja, die Querfront sitzt in Berlin. Stimmt. Die Querfront sitzt in Berlin. Das ist nämlich die marktradikale Konterrevolution, die über alle Parteien herrscht und dann aufgesaugt hat noch die sogenannte Linkspartei. Also diese CO2-religiöse Klimasekte, die dafür sorgt, dass möglichst viel Energie verbraucht wird, weil man die günstige aus Russland nicht nehmen will. Und auch, wenn man jetzt eine ganze Fahrzeugflotte, die vielleicht noch 10, 20 Jahre lang laufen könnte, wenn man die durch eine neue Fahrzeugflotte ersetzt, dafür braucht man ja keine Ressourcen mehr. Nein, nein, nein. Und für diese Abwrackprämie für Ölheizung und Gasheizung und CO2-neutrale Atomkraftwerke abschalten, das macht doch alles Sinn, liebe Klimakleber. Also gut ist auf jeden Fall schon mal, dass diese Pipeline weggesprengt wurde. Das ist ganz klar. Hoffentlich hatten die CO2-neutralen Sprengstoff, du, das sage ich dir. Ja, das wäre die eine Frage. Die andere Frage ist natürlich, wir sind jetzt auch glücklich, dass dieses Fracking-Gas, das ist ja auch sehr umweltfreundlich, wie das gewonnen wird. Ja klar, da gibt es auch ein grünes Grundwasser und ein blaues. Ja, genau. Das könnte man den Grünen ja mal zu trinken geben. Dann wäre das so, vielleicht kämen die dann zur Besinnung. Weiß ich aber nicht. Vielleicht auch dann. Ja, du hast ja vorher schon gesagt, mit dem Gehirn transferieren. Es gibt ja auch Leute, wenn du denen eine Taschenlampe ans Ohr hängst, dann leuchten die Augen. Tatsächlich, das wusste ich noch nicht. Das ist ja interessant. Alles gut. Gut, aber lange Rede, kurzes Sinn. Gehen wir außerhalb Europa. Also ich habe auch schon mal darüber nachgedacht, bin ich ganz ehrlich, weil eigentlich ist es ein Ausdruck der Hoffnungslosigkeit. Wenn man sich das alles betrachtet, was in diesem Land läuft, dann kann man ja eigentlich nur bleiben mit einem Rest an Hoffnung. Da hast du recht. Die Frage ist, welche Seite dieser Waage im Prinzip, wie soll ich sagen, dann stärker, dann beladen ist, ist die Hoffnung noch stärker. Also, was ich glaube, ich vorhin schon gesagt habe, wenn du dich herausgeekelt gefühlt hast aus einem Land, dann kommst du wahrscheinlich auch nicht mehr zurück. Denn der Abenteurer, der früher abgehauen ist, weil er jetzt mal eine Weltreise machen wollte und dann fünf Jahre in Mittelamerika oder sonst wo gelebt hat, der hat sich ja dann sagen können, okay, ich gehe jetzt mal wieder nach Deutschland zurück und dann besuche ich meine Freunde und alles wird wieder easy. Und für diejenigen, die aus politischen Gründen ausgewandert sind, gilt das nicht, muss man ganz klar sehen. Die haben weitestgehend die Wurzeln zu ihrem Land gekappt. Gut, aber jetzt, wenn ich dann zurückgehe in die Zeit ab 1933, dann gab es ja auch Leute, die aufgrund einer politischen Verfolgung das Land verlassen haben und später auch wieder zurückgekommen sind. Die Frage ist, ist es das Land, das die Leute herausgeregelt hat oder ist es das System? Oder sind es die Menschen, die durch dieses System geprägt wurden und damit das Land repräsentieren? Weil ich sage jetzt mal, diese Blockwart-Mentalität, die wird sich ja vielleicht dann trotzdem auch noch aufrecht erhalten, selbst wenn wir mal einen Great Reset in Deutschland hätten, aber einen positiven. Alex, eine Vergebung ist nicht möglich. Eine Vergebung ist nicht möglich. Ja, so sehe ich das. Eine Vergebung ist nicht möglich vor dem Hintergrund der angerichteten Verbrechen. Zwei Autoren sagen ja auch, Corona ist ein Massenmord. Sehe ich auch so mittlerweile. Je mehr man sich damit auseinandersetzt, ist es ein Massenmord, der da inszeniert worden ist. Es gibt Zehntausende oder Hunderttausende Impfgeschädigte oder Injektionsgeschädigte und so weiter. Das wird ja gar nicht zum Thema gemacht. Die Täter ducken sich langsam weg. Die werden langsam aus der ersten Schusslinie rausgenommen. Die verschwinden irgendwo. Und das heißt, auch hier, wie, auch wenn ich diesen Vergleich nicht unbedingt jetzt hier anstreben will, aber der ist da, wie nach 1945 eine Aufarbeitung findet nicht statt. Stimmt. Aber selbst wenn ich jetzt zum Beispiel nach Südamerika gehe, ich weiß gar nicht, war das Peru, Paraguay? Paraguay. Paraguay, die trotzdem viermal geimpft sind, komplett durch. Weil man entgeht ja diesem Wahnsinn, diesem System nicht unbedingt. Nein, dem transnational orchestrierten Irrsinn entkommst du nicht. Und du entkommst auch der Digitalisierung auf Dauer erstmal nicht. Vielleicht auch der Bargeldabschaffung nicht. Ich weiß das nicht, wie sich das jetzt im Einzelnen weiter vervollkommen wird, in Anführungszeichen, oder totalitarisieren wird in Zukunft. Ich kann nicht beurteilen, ob im nächsten Monat der totale Kollaps dieses Finanzsystems erfolgen wird und welche Folgen daraus sich ergeben, vermag ich auch nicht abzusehen. Also Tatsache ist, die Entwicklungen werden weltweit orchestriert und eingestiehlt über WEF, über die WHO, über UN, über EU und so weiter. Also alle internationalen und transnationalen westlichen Organisationen, die versuchen eben total durchzuregieren. Und dann hast du natürlich genau das, was du gesagt hast, die große Frage zu beantworten. Ja, ist der Tag ist viel besser? Und dann kann man sagen, je uninteressanter ein Land im Sinne des Ressourcenraubes ist für die großen Konzernen, stellvertretend dann für die Regime, je weniger dicht besiedelt ein Land ist, desto größer tendenziell die Freiheit. Also Mongolei. Ja gut, ich meine, ob du dann da gerade in der Jurte leben willst, bei Sturm, weiß ich nicht. Müsstest du dir dann, müsstest du auch ja dann, also Reiter ist ja ein Reitervolk, nicht, das ist vielleicht ja auch dann für jüngere Leute noch interessant, weiß ich nicht. Ich will das auch gar nicht jetzt hier irgendwie witzig bewerten. Ich respektiere jeden Menschen, der versucht, einen neuen Weg zu finden, wo, ob im Busch, im Urwald oder wo auch immer, so der dann noch steht und nicht auch dann die Stämme schon wieder in die kriminelle Kreislaufwirtschaft eingenommen wurden, kann ich nicht sagen, muss jeder selber für sich entscheiden, wohin gehe ich. Es muss gut vorbereitet werden, habe ich vorhin schon gesagt, ins kalte Wasser springen würde ich nicht empfehlen. Also gut vorbereiten, die Auswanderung oder den Widerstand und bleiben. Wir haben ja auch drei Aufsätze von Menschen, die sind im Lande geblieben und aus guten Gründen haben sie sich irgendeiner Form des Widerstandes angeschlossen. Also das ist, es ist sehr, sehr subjektiv und wichtig für die Frage, haue ich ab aus dem eigenen Land, ist, wie sehr hat man mir hier zugesetzt. Da ist mir insbesondere noch die Erfahrungen von Anseln Lemz in Erinnerung, da wurde die Polizei versucht, ohne sich auszuweisen, wie kleine Kinder. Mach auf, mach auf, wir sind die Polizei und nochmal und nochmal. Also du siehst doch dieses ganze Gängelungssystem, was die politische Kaste hier zu installieren versucht. Und man mag ja über Polen sagen, was man will und über die polnische Führung, da kann man glaube ich nicht so viel Gutes sagen. Aber auch da hast du gesehen, am Beispiel von Anselm, dass er mit seiner Frau, die bekam ja ein Kind, nach Polen gegangen ist, um damit sie das Kind ohne Maskenterror zur Welt bringen konnte. Das war in Deutschland offenbar nicht möglich, aber in Polen war das möglich. Unglaublich. Und daran siehst du eben, wie unterschiedlich die Menschen in den einzelnen Ländern und wie unterschiedlich auch die Institutionen in den einzelnen Ländern mit einem solchen faschistoid-totalitären System, wie es die Corona-Nummer war und ist, umgegangen sind. Und das ist die entscheidende Frage. Wie wirken sich politische Entscheidungen bis nach unten aus? Wie stark werden die durchgesetzt und mit welcher Werde werden sie durchgesetzt? Genau, und machen die Bürger dort mit? Genau, machen sie das mit? Hast du dann diese Blockwarte, diese Stinkfische, die dir überall auf den Tisch gucken und gucken, wer kommt denn da jetzt nach Hause und wie viele Gäste kommen denn heute Abend zum Alex nach Hause und so weiter? Weißt du, hätte es jetzt diesen Corona-Wahnsinn nicht gegeben, wo ja auch viele Länder, was weiß ich, in China mit Covid und Pipapo, ja auch geglänzt haben. Davor hätte ich gesagt, ich muss in irgendeinen Briggs-Staat. Einfach, weil dieser westliche Wahnsinn scheinbar auch keine Grenzen kennt. Er kennt nur die Weltmacht oder die absolute Selbstzerstörung. Stimmt, da sollten wir auch nochmal hängen bleiben nachher. Snowden und Assange seien uns eine Mahnung. Der eine saß in London, lange, lange Zeit, soll ausgeliefert werden, hin und her. Und der andere, der genießt politisches Asyl irgendwo in Russland. Irgendwo, ich weiß nicht. Und dass Leute, die im Prinzip die Menschenrechte hochhalten und die Verbrechen anklagen, dass die vom Westen verfolgt werden und in Russland, das ist schon ein besonderer Geschmäckle. Ja, das geht ja gar nicht mehr ums Geschmäckle, sondern es geht hier um ein perverses Lügensystem, was sie hier aufgebaut haben. Und im Grunde genommen, ja, das offenbar zu kopieren scheinen, was sie früher der UDSSR vorgeworfen haben. So Lagerkollern, Lagermentalität. Und wie weit sind die hier eigentlich schon mit ihren Vorbereitungen? Da müssen wir auch mal vielleicht nochmal recherchieren und arbeiten. Wie weit geht das hier schon? Und sag mal, sie bereiten es seit Jahrzehnten vor. Aufstandsbekämpfung wird seit Jahrzehnten vorbereitet. Sie wussten genau, was sie wollten. Sie wussten genau, dass die Politik, die sie inszenieren werden, auch zu Widerstand führen wird. In welchem Ausmaß, konnten sie noch nicht wissen. Dass der sich in Grenzen hält in Deutschland, hätte man vielleicht wissen können. Aber ich will damit nur sagen, das ist alles entschieden worden, viele, viele, viele Jahre vorher. Und jetzt entfaltet sich dieses perverse, kranke System in seiner ganzen schmutzigen Blüte. Das ist so wie ein Schachspiel. Wenn man verschiedene Figuren in Schlagweite, in Positionen bringt, aber noch nicht losschlägt und nochmal eine und nochmal eine und dann irgendwann. Ja, es gibt keinen Zufall. In der politischen Sphäre gibt es in aller Regel keine Zufälle. Ich meine, wenn morgen irgendwo ein Vulkan ausbricht, ist wahrscheinlich, dass das also eine geologische Geschichte war. Aber was sich im politischen Rahmen und im politischen Raum entfaltet, ist in der Regel vorbereitet, lange Jahre vorher. Also, im besten Deutschland aller Zeiten gibt es trotzdem welche, die sagen, ich gehe. Das sind die, das sind die, die das vielleicht wahrnehmen als Bestes Deutschlands. Die gehen ja, weil es woanders vielleicht schöner ist oder wärmer. Die anderen, die merken gar nicht, dass es vielleicht gar nicht so ist. Es gibt auch andere, die sagen, wir leben im größten Freilicht-Irrenhaus der Welt, dieser BAD-Konstruktion. Ja, auf eine Psychiatrie, sage ich ja. Und da gibt es aber trotzdem welche, die sagen, okay, ich kann jetzt hier nicht gehen, ich bleibe jetzt erst mal. Ja, respektiere ich auch. Wenn sie nicht einfach nur dumme Mitläufer sind, dann respektiere ich die voll. Und wenn die sagen, okay, ich sehe, was hier abgeht und wie wir hier verarscht werden und dass hier tagtäglich Propaganda erzeugt wird, im übelsten Maße. Und viele haben ja auch tatsächlich kapiert, die auch noch gar nicht in Erscheinung getreten sind. Da muss man ja auch mal sagen, wir wissen ja, die Dunkelziffer des weichen Widerstandes wissen wir ja gar nicht. Wie viele Menschen die Zeitungen abbestellt haben, wie viele Menschen sich den Dreck im Fernsehen gar nicht mehr angucken, diesen Politmüll sich gar nicht mehr an, wissen wir doch gar nicht. Nein, wir wissen es wirklich nicht. Nein, wir wissen es nicht. Und von daher, das sind die ersten zarten Pflänzchen widerständigen Denkens und Handelns. Und wie weit ich dann in meinem Widerstand gehen möchte, gegen die Totalitarisierung des politischen Systems, muss jeder selber entscheiden. Genau. Also ich hatte ja vorher noch mal über diese Waage gesprochen, was schlecht dafür hier zu bleiben, was schlecht dafür zu gehen. Natürlich ist die Hoffnung immer so eine Frage. Aber alles. Aber irgendwann ist die Resignation da, so nach dem Motto, ich kann hier machen, was ich will. Ich bringe mich jetzt in Sicherheit. So. Und die anderen sagen, wir wollen unser Land zurück. Ja. Weg von dem System. Ja. Weg von dieser Amerikanisierung. Weg von diesem hegemonialen Kapitalismus. Das ist alles für mich System. Mich macht jetzt eigentlich diese Fremdbestimmung jetzt nicht gerade erstaunlich fassungslos, sondern die Frage ist, was mir jetzt noch viel wichtiger ist, wie groß ist denn die Kriegsgefahr hier? Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Da geht es ja richtig an die Existenz, also die absolut existenzielle Frage. Das heißt, die haben ja, ich habe es ja vorhin kurz skizziert, den schleichenden Niedergang auf allen Ebenen dieses Landes und dann ausschleichen, der Corona-Nummer, haben wir auch schon darüber geredet, und dann ziehen die doch tatsächlich, die ist noch halb heiß, ziehen sie schon wieder die nächste Schublade. Aber, wie ich es gesagt habe, in der Politik passiert nichts, was nicht schon viele, viele Jahre vorher so geplant war, denn Russland als der alte und neue Feind und Putin, der böse Putin, diese Nummer, die haben sie ja rausgekramt schon weit vor dem Jahre 2000. Okay. Und dann kulminierte das Ganze immer weiter, immer weiter. Dann 2013, da haben sie schon die Winterfestspiele in Sochi in Dreck geschrieben, diese medialen Gangster. Das ist, da könnte man auch nochmal vielleicht eine Sendung darüber machen, über mediales Kombatantentum. Die sind nämlich kriegsführende Partei. Und genau das Gleiche, was damals mit Sochi begann, diese Mahnungsmacher, die beginnt jetzt oder hat schon begonnen gegen China, davon abgesehen. Genau, das spalten Sie jetzt nochmal auf, weil das Kriegstheater gegen Russland sollen ja die Europäer übernehmen, also auch mit der gesamten Last. Und die USA wollen sich dann gegen China werfen. Fassen wir zusammen, ob wir hier bleiben oder ob wir gehen. Wir wollen unsere Freiheit zurück, wir wollen unsere Sicherheit zurück, wir wollen unser Land zurück, unser Europa zurück, eine friedliche Welt zurück. Wir wollen zurück Nachbarschaft unter den Völkern, unter den Menschen. Und wir wollen zurück die Früchte unserer Arbeit und unsere Freiheit sich freizueren. Alex, wir haben ein Problem, nämlich ein ganz großes, wir können dieses System nicht bis 89, 90 rückabwickeln. Denn dann hat man eine Chance. Und das ist die Frage, wie kommen wir jetzt aus diesem, wir stehen bis zum Hals im Dreck und wie kriegen wir die Karre da rausgezogen? Das ist die große Frage. Mit Sicherheit nicht, indem wir alles abnicken. Das schon gar nicht. Und Brot und Spiele und Schrebergarten und Tagesschau. Sondern ich habe den Plan nicht, wie wir das hinkriegen. Ich sage es ganz offen. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Du auch nicht. Ich habe den Plan nicht. Ich kann nur sagen, weitestgehend alles anders machen als bisher. Dann liest du schon mal richtig. Und genauso ist es auch mit den Medien. Alles, was ihr dort bei den GEZ-finanzierten Medien hört, ist nur ein Vorschlag, ein kleines Gedankenspiel. Dreht das mal genau ins Gegenteil um und überlegt mal, ob das nicht vielleicht näher an der Wahrheit ist. Genau. In diesem Sinne, gerne wieder. Wir hätten auch stundenlang weitermachen können. Ihr entschuldigt, es war lang. Teilt das bitte. Uli, ja, und das nächste Mal. Alex. Entweder hier in Dunkeldeutschland, ihr seht es am Hintergrund, oder in Holland. Wir werden sehen. Vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön. Tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.